Die revolutionäre Alien, die Pistole mit der weltweit tiefsten Laufseelenachse, hat sich jetzt noch weiterentwickelt. Die Alien Creator hat, wie schon das vorherige Modell, die tiefste Laufseelenachse. Das heißt, die gesamte Energie des Rückstoßes geht wirklich sehr tief durch die Waffe durch und man hat sie sehr gut in der Hand. Dadurch hat sie eigentlich kaum Rückstoß und ist wirklich angenehm zu schießen. Allerdings hat sie jetzt nicht nur neue, schöne Farben, sondern auch ein verbessertes Checkering. Das heißt, man kann sie jetzt viel besser durchrepetieren. Und zudem gibt es einen komplett neuen Griff. Nicht nur, dass er jetzt einen verbesserten Winkel hat, der edelt eher dem Winkel einer 1911er. Man kann auch, indem man nur eine Schraube löst, zuerst den Mackerel abnehmen und dann den Griff rücken, die Vorderseite und alle Seiten abnehmen. Dadurch kann man diese wirklich individuell auf einen selbst anpassen. Man kann verschiedene Farben wählen. Man kann allerdings auch Griffstücke wählen, die dicker sind und somit optimal für größere Hände. Man kann die Griffrücken tauschen und auch die Vorderseiten. Und man kann auch aus verschiedenen Texturen wählen. Man kann sogar den Jet Funnel tauschen, ob man jetzt eher einen größeren will oder einen kleineren. Und es gibt sogar ein neues Magazin, das einfach nochmal besser zum Nachladen ist und das sogar auch in die alte Alien passt. Also, ein perfektes Produkt für die, die gewinnen wollen.